Hallo, hier zeige ich euch, wie unser Ski-Helm Cover ELCH auf dem Ski-Helm befestigt wird. Ganz einfach den Verschluss öffnen, das Ski-Helm Cover grob überstülpen, das Ganze umdrehen, einmal hier vom Verschluss durch, auf der anderen Seite genauso, hier kommt er, ist universell verwendbar für Erwachsenen-Helme und durch diese Befestigung auch unverrutschbar. So, dann der Verschluss schon wieder zu, das Ganze wird ein bisschen ausgerichtet, ein bisschen hier rübergezogen und fertig.